So, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei WoW Vanilla. Ich hatte gesehen, dass im letzten Part meine Stimme noch ein bisschen laut war. Also so ganz perfekt ist es noch nicht. Aber ja, ich hab ja gesagt, das dauert einfach noch ein bisschen und mit der Zeit wird das alles besser werden. Wir müssen hier noch insgesamt 8 Schnupftabak und 5 Schwadroneure erledigen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass hier anscheinend gerade welche waren, die ja einfach ordentlich mal gesäubert haben. Und zwar volle Kanone. Konnte der einem was verkaufen? Einiges, was interessant ist. Ist natürlich in der Hinsicht jetzt sehr gefährlich, was ich hier mache, weil ich genau weiß, jeden Moment kann Respawn sein. Und in jedem Moment wird Respawn auch passieren. Weil die hier eben weggelaufen sind und... ist schon ein Wunder, dass ich mich hier mitten in dem Lager aufhalten kann. Hä? Wett, hilf! Er tankt nicht. Äh. Wow. Sofort Agro wieder. Er kriegt, er kriegt keine Agro. Meine Güte. Guck mal jetzt hier, alles wieder voll. Schnupftabak. Schnupftabak. Ach, der ist wieder Level 43. Das lädt immer noch auf. Ich glaube, Inji zu skillen ist gar nicht so verkehrt. Ist wahrscheinlich sehr teuer, aber die Abilities, die man hier bekommt, das Dynamit, das man herstellen kann, das hat in Wernilla eine ganz andere Tragweite, als... Als es das noch in Retail jetzt hat. Gerade so fürs Open World PvP. Ich glaube, irgendwann gab es dann auch mal ein Patch. Seitdem war dann irgendwie in, äh... Ich weiß nicht, wann das war. Zu Vanilla oder jetzt in Burning Crusade. Oder vielleicht auch erst in, äh... WOTLK. Aber dann konnte man irgendwann keine Inji-Fähigkeiten mehr irgendwie im BG benutzen. Ich glaube, sowas gab es mal, aber... Nagelt mich nicht drauf fest. Diese Bukaniere, äh, diese Schwadronnöre sind, äh... Gefühlt fast immer 43. Oh, nicht schon wieder Agro direkt, ey. Jetzt hat er wieder Agro zurückgeworfen. Zu viel stärker als ich es bin, gefühlt, und trotzdem läuft er weg. Dass ich immer noch diese dämlichen Seiten vom Schlingdorn-Tal bekomme, ne? Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Oh, ey. Shadow Bowls. Machen ganz schön viel Schaden. Und die Sukubus macht dann den Rest. UBS. DPS. Last Spot. Man öffnet eigentlich Akku. Ich weiß es gar nicht genau. Dann wird's hier nochmal richtig abgehen. Crafting Thunderfury on Sunday 16. Send, send, send to, zero. Ich bin außer Reichweite. Das Gute, es gibt hier nur Schwadronnöre. Keine anderen, die Milis sind Schwadronnöre hier. Was machen die beiden denn hier? Was machen die beiden denn hier? Der Krieger hilft ihm. Das ist zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Den hätten sie mir geklaut, die Ratten. Aber nicht mit mir. Ich brauche nur noch einen Schwadronnöre. Ich brauche nur noch sechs Schnupftabak. Und die können ja, der Schnupftabak kann ja von allen Viechern hier droppen. Problem ist, die lassen mir hier nicht viel übrig. Ich muss näher ran. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob die Räuber hier auch Schnupftabak droppen können. Na, gucken wir mal, was gibt's hier denn noch so einen Quest, den ich machen kann? Venture Company Bergbau, oh, der Skullsplitter. Kann ich noch nicht wirken. Ich denke, ich werde hier erstmal an dem Strand bleiben. Es macht jetzt keinen Sinn, hier irgendwie großartig zu swappen. Mit 196 macht dieser Firebolt aber viel weniger schade als der Shadowbolt von vorhin. Ah, siehst du, die hat auch Schnupftabak gedroppt. Ah, siehst du, die hat auch Schnupftabak gedroppt. Allerdings, glaube ich, dauert an diesem Strand der Respawn nicht allzu lange. Also, wenn die da hinten auch gekillt haben, sollte da hinten jetzt wieder was da sein. Ja. Problem ist, hier sind es halt wieder Level 43. Und eigentlich wollte ich ja die 43er irgendwie doch umgehen, wenn's irgendwie geht. Ich bin zu weit entfernt. Ich bin zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Was ist denn? Es hat einen Schnupftabak getrockt. Ich bin außer Reichweite. Sobald die einfach grün sind, mit 42 sind die so viel einfacher als mit 43, einfach weil ich nicht so schnell Arrow ziehe hier. Shane. Will ich es versuchen? Oh ne, das ist jetzt zu close. Komm mal wieder hier in diese Richtung, Magier. Das ist zu weit entfernt. Wie lange ich Akku hab, ey. Oh, lustig. Ich weiß gar nicht, ich glaub getrunkenen WoW hab ich noch nie gespielt. Doch. Hab ich schon mal. Aber das ist schon länger her. Äh, das war zu Wo... TLK? Ne, zu... Wann war das denn? Doch, es war zu WoTK, natürlich, ja. Und da hab ich im Schullaserbecken, weiß ich noch genau. Da hab ich im Schullaserbecken, äh, Erze gefahren, getrunken. War gut. Gut. Das ist zu weit entfernt. Ah, droppt wieder nix. Ich krieg die Krise. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht berühmt. Kann nicht noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Aber wenn mein Pad in der wütenden Gestalt ist, ne, dann hat das Viech plötzlich auch gar keine Abo-Probleme mehr. Na gut. Ich denke, dann, äh, beende ich den Part an dieser Stelle. Und, äh, wir hören uns, äh, übermorgen wieder. Und dann geht's wieder weiter an gleicher Stelle mit WoW Vanilla. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Kakao. Kakao. Kakao.